Also ich hatte heute das erste Mal das Vergnügen, zweifelloses Vergnügen, nachdem ich selbst 22 Jahre schon auf der Bühne stehe, mir mal eine ganze Show von Hämatom anzugucken, hat mich voll überzeugt und ich gratuliere zu diesem Jubiläum, zehn Jahre, aber da liegt noch einige Stück Weg vor euch. Ich wünsche euch mit diesem Weg viel Glück und vor allen Dingen viel Erfolg. Vielen Dank.